Hallo und Herzlich Willkommen wieder zurück bei Minecraft Trust and Betray. Heute wieder bei der Mechomanos. Hallo. Hi Leute, grüßt euch und der Maru. Der Maru. Maru. So, warte mal, ich brauche auch noch. Sponderchips habe ich und Broadcaster. Ah, Broadcaster. Oh, Magenda. Okay, Magenda. Ich kackt ein bisschen Schiss. Was, du hast Schiss? Mein Entertank ist nicht da. Habe ich so eine Hose gepackt? Ah ja. Hat sich erledigt. Ah, okay. Boah, schon wieder. Ja, die sind nicht stark. Ich gewonnen, das ist ja eigentlich eine richtige Waffe. Item Broadcaster. Das heißt, ich brauche Magenta. Und dazu brauche ich Magenta Die. Und das kriege ich aus... Lapis, Rose Red. Warte mal, krieg ich... So, weil ich muss nämlich jetzt den Tesserakten von Raza auf meine Kisten umleiten. Der weiße Kisten voll sind, ich möchte aber gerne ein bisschen Mobs Spawner nutzen. Ah, okay. Also muss ich jetzt erstmal einen Tesserakten bauen. Dafür brauche ich Enderium. So. Rose Red habe ich. Dann brauche ich Bone Meal. Das sollte ja mal gar kein Problem sein. Bones... Wups. Bones haben wir ja genug. Oh. Ich bin noch mal gelungen. Räuchttin und Shiny Metal. Habe ich noch Shiny Metal? Nein. Äh. Gar nicht. Wie war das jetzt? Unten Bauenmehl, oben Lapis. Ich muss erstmal Farben gehen, bevor ich Shiny Metal herstelle, glaube ich. Äh. 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 Irgendwie noch anders herstellen? Naja. Keine Chance. Das ist das blöde an der Sache. Hiiii. So. Dann pulverisiere ich mal ein bisschen Ferris. So. Das habe ich auch schon mal. Oh. Scheiße. Ich glaube, mich archt es gleich voll an. Ja. Leute. Mich archt es an. So. Ich muss in den Eta. Na gerade ist nur sicher. Gerade macht er die Wisse, aber... Das heißt, alles raus, was wichtig ist. Falls es zum Showdown kommt. Ähm. Das wäre ja übelst krass, wenn ich mein Stuff verliere. Ach. Ich lass mich gar nicht. Ich lass mich gar nicht kriegen von denen. Die haben gar keine Chance an die. Ich muss gar nicht erst kriegen. Genau. Die haben sowieso keine. Die sind sowieso kein Stich. Eie. Okay. Ich muss prudeln. Dafür brauche ich meinen Hammer. Komm. Hammer Time. Komm her. Ähm. Ja. Wer möchte das? Okay. Successfully requested Hammer Time. Yeah. Moment. Bevor ich farm gehen sollte, sollte ich vielleicht mein Level loswerden. Ich habe 58 Level. Da ist ja eine zweite Tür reingebaut. Das ist deine Prinzessin ey. So. Okay. Okay. Jetzt ist Mission. Äh. Mission Unbreaking. Eine. Oh. 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 Aber wir alle wissen dass Nephias, ähm. ähm. ne genau. Nephas benutzt nur einen K hardware mit 78 schaden. Rüstung. Das ist ein One-Hit bei mir, glaube ich. Reaktion brauche ich gerade nicht. Feather Falling, danke brauchen. Eins, fight, neun. Ich hoffe mal, die sehen mich nicht. Effizienz, neun. Prinzipiell ist er erstmal noch Save-Zonen, ne? Ja, die fünf Blöcke um das ganze Ding, das ist die Save-Zonen. Ja, genau, das Gebäude. Okay. So, hier ist natürlich Kloster und technisch alles abgefarmt. Natürlich. Das heißt, ich muss weiter wegfliegen. Oh man, ich will nicht. Warte, und schon kommt einer durchs Portal. Echt? Warte. Das Portal hat gerade Geräusch gemacht. So. Schon wieder. Macht's das immer? Aus sein. Oh, schade. Kein vernünftiger Schand dabei gewesen. Retten in die Save-Zone ist ja prinzipiell nicht möglich, ne? Wenn er mich einmal hittet. Doch, 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 doch. Ach ja, doch. Stimmt. Aber die andere Seite ist, ach ne, ich bin Level 4 durch dich. Fuck. Das geht. Oh man. Also wenn ich jetzt sterbe, bist du dran schuld. Du bist zu hoch geskillt. Hä? Das will ich haben. So. Ich wollte Tesseracte, mein Tesseract bauen, dafür brauche ich Shiny Metal, dafür brauche ich Enderium, dafür muss ich jetzt buddeln. Ey, du bist ein böses Skelett? Ja. Und was war's? Ö, ne? Boah, haben die wirklich Kloster und technisch so viel schon abgefarmt? Stimmt. Ist ja Wahnsinn. Hier noch hingestellt. Und? Zilkraft. Dein Cleaver. Und der ist gemacht? Zilkwarz. Zilkwarz. die sehen ja aber nicht dass ich im neta bin ich kann keine meldung das wäre zu krass hier ist mitnehmen für meine minions stadt vielleicht das war ja das wahnsinn close down farben geht ja brutal schnell was vorgenommen mit den ganzen kisten dass wir mal hier doch ganz schön viel gebaut hat ja gut ich sag mal so ich muss jetzt nicht alle anschließend ist eine richtige masse ich wollte da eigentlich aus allen kisten dann noch die adjusts machen das muss jemand hier nehmen das ist wichtig das ist diamant dass die sind gleich groß ach so welche gleich groß wie welche alle alle von diesen speziell schätze jemand eisengroße gold oder das material was dazu nimmt okay heute mein maß ist dafür diese eklischen krabbel fischer hier und jetzt aber ich schreibe noch mal chester lage ist voll staff ausbrüllen lage ist oder ich freue mich jetzt da später mal close down close down close down über close down überdeckt ja habe ich gerade gemerkt wie sehe ich eigentlich gerade aus ich bin in meiner ursprungsform ein ärztes hier drin habe ich hier noch ferro russ ordnung silber ohr gold ohr kohl ohr aluminium ohr koffer ohr adi kobold ohr ich habe ich den einen guten ohr super was denn da war einer war einer mit so einer riesen katze auf dem kopf als als hut und ich habe den extra deswegen getötet und die katze ist voll klein bei mir die frage schön was wir machen passt mir gar nicht wir wollen dich kann mir vorstellen ich habe auch meinen backstuhl ich kann sie genauso und ich habe hier verpackt mit quatschern auf dem schuh ich habe keine fackeln mitgenommen ich habe von meiner ewigkeit nicht mehr farmt da habe ich auch keine fackeln mit das stimmt allerdings die joden alten fackeln so ach komm ich habe erstmal genug close down nehme hier vorne das noch mit und dann ist aber gut ich hoffe dass die jetzt nicht irgendwo beim netter auf mich warten ich brauche fackeln tortsch tortsch so ray punkt burs nancy tank portal da wollen wir hin gut 6 waren das jetzt 1 2 3 4 5 6 das passt so attacke was ist denn grong warum hat er eine grong-statue hingesetzt what das ist eine grong-statue okay er hat eine grong-statue hat eine grong-statue genommen soll sich melden was soll das das ganze projekt hast du die regelverstoße wird ausgeschlossen genau grong aufnehmen und nicht bescheid sagen was das denn ja der grong so ist er so ich hoffe ich kann mich in die 6 zu retten bitte 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 okay nice keiner hier so wie es aussieht okay bin auf dem rückweg bin auf dem rückweg so ei 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 schnell raus hier so Minions eure aufgabe nichts machen und zwar genau hier falscher knopf falscher knopf bei dir jetzt wir haben nur gelegt bei meinem befehl ach so dann ist Julia weg so gut weiter gehts Procaster Chip ähm Closedone genau das wollten wir gerade machen so zack zack und der buttelt brav ihr Minions zack 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 ok nice erstmal den ganzen Stack davon ist der safe zone ist der safe ich würde mich ein bisschen daneben runter so warte jetzt brauche ich noch die anderen what wo sind was was sind jetzt meine chips hä bin ich jetzt komplett behämmert wer weiß kopfkratz kopfkratz wo sind jetzt meine chips ähm wollen sie mich verarschen diese logic routing chips weiß er ach so hm ja ich hatte übrigens viel davon wo sind die jetzt ach ich weiß wo haha luggage vielleicht nee habser mhm so Procaster Item Chip 13 stück ok dann machen wir mal noch ein paar gleich so 16 ok das muss erstmal reichen jetzt bräuchte ich noch mehr von den item responser ob man nicht auf die select die Minions verpasst du viele steine orange orange war gelb und rot ok gelb wo ist rot 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 habe ich nicht mehr groß rot gut рай� sein muss meine Minis bauen arbeiten sie schneller sind so ungründig wie sie hier arbeiten sie's ja nicht mal treppen so ok jetzt das sollte reichen muss ich erstmal mit dem stand fahren jetzt hier oder was Spur da nicht, der Bub Wieso ist hier Closed on und Gold Na Randy, da bringt er mal ein ganzes System durcheinander hier mit dem Lagern Deswegen baue ich überhaupt eigentlich das Lagersystem wegen Randy Weil da kann er nichts mehr durcheinander bringen Weil die Kisten zu sortieren mit Randy in einem Haus ist absolut sinnlos Okay Bestern wir hier So, dann haben wir hier Orange Und zack, zack, zack und Closed on Yes Okay, und jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch die da Oder die Oder die da, die an der Ecke steht Ist es die da? Was? Arbeit schneller im Minions Item Responder Chip Item Responder Chip Gleiche ID lassen sich nicht stacken Okay Ja, wenn die unterschiedliche Einstellungen haben Was wenn die? Unterschiedliche Einstellungen haben Achso So und jetzt muss ich quasi in jedes Teil einen Chip reinpflastern Richtig Ist egal welche Position Richtig Hauptsache Chip Wieso geht das nicht? Ah, hängt Was machst du schon wieder Maru Das machst du schon wieder Maru? Ach gar nicht, ich buddle mich nach unten Mein Minions Mein Minions buggen Was ja, wenn ich natürlich meine Minions wieder zu funktionieren kriege Setzen wir in 100 Folgen Ich kann den Item Broadcaster Chip nicht einfügen Ich hab den Gang angebuddelt Ich kann gar keine Chips mehr einfügen Ohhhh Was ist denn jetzt hier los? Hier ist unsichtbar geworden Ach, wieso leckt das jetzt schon wieder so? Weil wohl Team Blau expandiert Kann ich überhaupt keine Chips mehr einfügen Doch hier zur Die gehen komischerweise Silbererz Daher 100 Akkuat was er braucht Wo ist da? Kann man mal einer erzählen warum? Ja Warum? Also irgendwas Irgendwas ist hier buggy Why? Naja Ein und dieselben Chips Und ich kann nur Bestimmte hier rein Die gehen zum Beispiel alle Und diese Item Broadcaster Chips Kann ich gar nicht einfügen Ok Der Schiko darf sie jetzt zuerst angreifen Netterweise Hm Shiny Metal Wie finde ich dich noch am besten? Ich gehe am besten in MJs Haus Und wo soll ich den Gang unten gehen? Ähm, wie ist denn das eigentlich? Ähm, ich muss ja unten noch Eine Ich muss ja unten noch zwei Kisten anschließen, ne? Meinst du? Du musst nur eine Kiste anschließen an dem Eingabeding Ja, und wenn ich aber die Items in das System bekommen möchte? Machst du halt wieder eine Kiste dran Rauskriegen geht auch ohne Kiste Achso, dann floppt es einfach nur raus Ja, dann droppt es halt vor deine Füße Ok, das geht ja auch Dann Dann Kiste Und die brauche ich einfach nur daneben Fertig aus Ende Genau So dass es halt miteinander connected ist Ok Langweiliges Zeug hier, wo ist mein Ferrorus Ohr? Hm Die Kiste geht natürlich nicht auf, das ist blöd Ach man, warum ärgert ihr mich nur alle so? Weiß ich auch nicht Den Erd Boah, eh, Minion, sie wird ganz schön faul hier, ne? Hier stehen das muss ich dann sonst noch irgendwas einstellen weil ich habe jetzt hier zum beispiel zwei müssen sie auf weitelisten halt also weiter weg machen was muss ich weg machen wo also wo muss die rechnung die dinge einstellen welcher musste da sind so drei oder zwei weise knöpfe der mittlere obere ist mal der also du meinst jetzt an dieser pipe wo ich entnehmen kann wenn du wenn du so ein chip in der hand hält mussten erst mal sagen dass er leck ist hat nicht weit ist weil sonst nur items an die in der liste stehen die auf dem so viel leer ist gerade das natürlich nicht silber stone und sind items ab blacklistet ja genau und item hitting halt nothing ja also wenn du so einstellen kannst du drei knöpfe dann filter priorität muss ich da was einstellen orientation okay du hast also wenn du bei dem einer zu drei knöpfe der seite da muss halt noch ausstellen dass er nichts ignorieren soll oder so ein dick schnell benutzen soll ok kann auch damit einfach auf die pipes klicken was noch mal kurz was war bei dem einen so ein dick schädel ne dick schädel was hast du jetzt gesagt gerade also wird beim chip der an der großen kiste an den kleinen kisten ist der ich glaube der angeschne chip musst du noch daran denken dass du alle drei seiten knöpfe ausschaltet bei der einstellung weil die machen auch mit dem ist das sein alles ankommt blacklisted metatata matching drei seiten dinge da kann man wieder da menschen genau ordentlich schon irgendwie das muss raus damit scoops das ist quatsch auch shiny metal weil kann ich meine weiten und pläne durchführen so dann soll das jetzt theoretisch schon funktionieren theoretisch aber zieht nichts raus aus den kisten da bei dieser rooted request pipe muss ich aber nichts einstellen klar ok pull und kreft ne kreft ne ich muss nur kurz nicht gucken glaube da muss nicht so viel einstellen ich habe die mod hat leider noch nie benutzt das ist das kleine problem das hier zum ersten mal wir sind noch nicht fertig was trotzdem hoffen übrig die penne habe ich kein ferro ist euch gewesen doof bei altem ok das passt ja auch jetzt kann ich auch stecken jetzt sind sie gleich eingestellt hey hey jetzt mir hier lied ohr silber ohr tin ohr iron ohr aluminium ohr die kisten mampft zieht einfach nicht aus den kisten aus das ist doch scheiße wieso denn nicht kisten kommt her haben Ein shiny metal. Okay. Schade. An der nächsten Fashion werde ich dann mal durchgucken. Was wirst du durchgucken? Mal die Hülle da unten, ob ich da irgendwas noch finde im Material. Also ich habe jetzt erstmal... 12, 16 Kisten habe ich jetzt angeschlossen. Okay. Dann muss ich ja noch ein... Das beste wäre Upgrade noch. Upgrade. Oder wie heißen... Warte mal. Chest. Ah ja. Rainforest Iron Chest. Ach so, die muss ich bauen. Die kann ich gar nicht einfach so upgraden. Äh, die kannst du aber muss bauen, ja. Ne. Auch ein Emerald Chest. Nice. So, chest. Machbar Gold Chest. Die sind cool. Aber wo sind schon wieder die Lackages hin? Die vollen Schweine. Guck doch mal her. Gold Chest. Gold Chest. Gold, 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 gold. Gold, 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 gold. Hoch. Platz drin. Oh, fragst du noch nicht. Was hast du für Chests genommen? Iron. Ich habe nur die malen. Weil die ich später upgraden, wenn ich Platz brauche. Ach so. Oh, okay. Na gut, dann brauche ich dir wahrscheinlich auch erstmal gar nicht upgraden. Darf ich kurz bei dir schauen, wie du das eingestellt hast? Ja, du hast ja nicht so viel Zeit. Wie viel Zeit ist da denn noch? Drei Minuten. Maximum. Darf ich kurz schauen? Ja, komm schnell her. Was willst du denn sehen? Du bist eh bei dir. Na, wie du diese unten, diese Entnahme-Pipe da. Ach so, das ist die rote hier oben. Rot. Bei mir ist die orange. Warte, ich muss das Brett erstmal wieder zumachen hier. Kommt gerade der Zombie. Der klopft schon an. So. Ach, geht er mal durch. Bin zu dick. So, warte. Whee. So, diese hier, genau. Rooted Request-Pipe. Die habe ich auch. Wenn ich jetzt hier draufklicke, hast du Pull-Craft-Pareals. Das ist bei mir auch so eingestellt. Weil ich dann noch ein Chip rein muss. Das warte ich ja nicht. Kann ich nicht mehr reingucken. Ach so. What? Okay, das wäre ja so blöd. So, warte mal. Da hast du, warte, hast du ein Item-Extractor-Chip. Ja, das ist der, der aus einer Kiste Items rausholt und ins System schickt. Das ist die Reinschick-Kiste. Ja, die ist, ja, okay. Alles klar. Da ist der Fehler. Habe ich nicht so was. Ich habe jetzt quasi die Kiste an diesem orangenen oder roten angeschlossen. Ach so. Nee, das ist das, das Raushol-Ding. Okay, also brauche ich so ein Rooted Interface-Pipe mit einer Chest dran und dann einem Extractor-Chip. Moment, das muss ich mir auch schreiben. Extractor-Chip. Ja. Und wir sollten dann auch Schluss machen. Extractor. Du hast annoteriert. Ja. Ich würde nur mitteilen, dass wir auch Schluss machen sollen. Ja, kein Problem. Okay. Dann wie immer danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, Leute.